Aber wir haben dieses Motto nicht nur gewählt, um politische Forderungen zu stellen und um die Gesetze zu verändern, sondern wir haben es auch gewählt, um uns allen in unserer Community wirklich nochmal klar zu machen, wir werden nicht nur diskriminiert als Lesbe, Schwuler oder Transfrau oder Transmann oder auch als intersexueller Mensch, nein, wir leider schaffen es auch, diese Diskriminierung untereinander manchmal weiterzugeben. Ich weiß, dass es Events gibt wie der Lesbenfrühling, wo leider seit 20 Jahren immer wieder die gleiche Diskussion geführt wird, nämlich sind Transmänner oder Transfrauen ein Teil des Lesbenfrühlings, ja oder nein, dürfen sie anwesend sein, ja oder nein. Das macht mich traurig, dass nach 20 Jahren in unseren eigenen Reihen so wenig Veränderung da ist, dass die gleichen Diskussionen immer wieder geführt werden müssen und dass wir nicht endlich alle an dem Stand sind, wo wir ja auch für uns das einfordern. Lasst uns miteinander feiern, lasst uns zusammen feiern und lasst uns solidarisch miteinander sein und nicht das, was wir gelernt haben, nämlich, hey, du bist weniger wert, aneinander weitergeben. Wenn wir das schaffen, und das kann jeder von uns schaffen, jeder von uns, dass diese Macht, diese persönliche, habe ich zu sagen, ich werde mich von gelernten Diskriminierungen befreien. Ich werde nicht zulassen, dass ich Rassismus weitertrage. Ich werde nicht zulassen, dass ich Lesbenhass oder Schwulnhass weitertrage. Ich werde auch nicht den Hass auf Transgender weitertragen. Ich versuche, das zu leben, was ich mir für mich wünsche. Respekt, Wertschätzung und Gleichstellung. Und wenn wir das alle zusammen tun, dann machen wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft und in dieser Welt. Und ich freue mich, dass ihr heute klar seid, dass wir gemeinsam die Parade machen, dass wir gemeinsam heute und morgen dieses Riesenfest feiern, dass wir im Rathaus sind, im politischen Herzen der Stadt. Und ich freue mich auf einen Regenlogen der Geschlechter, in dem wir alle wertvoll sind und wir uns alle gegenseitig abknutschen. Freut euch, feiert mit uns und habt Freunde! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020